hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu ttt mit folgenden leuten enno flori reaper und wann war grüß gott grüß gott und den ganzen rest von der bande springen nicht ja ich bin teleportiert worden ich sterbe gleich ich bin teleportiert worden reaper ist der teleportant wir haben sich angeschossen was kein leben verloren eine million häuser das ist die waren weil sie es lieben flori endlich zu hause auf dem klo ich habe den müllkantäner gefunden war das zu harter durchfall oder warum bist du nie ja ich habe schon ordentlich was abgekriegt unter wegen meinen traiter kollegen wahrscheinlich ich habe gehofft dass man halt wirklich in inno port ist und nicht den eigenen traiter kollegen stell mich da so schön oben an die klippe dran ein portier weg sehr gut oh man Antimate ich kann da nix hören das war dieses blöde gerät ey du kommst ja nicht raus oh man oh man der gerät wir sind jetzt schon wieder gestorben Keiner ich bin gerade gestackt worden aber enno hat mich glaube ich auszuziehen gerade befreit Scheiße der wer gerade disco geworfen hat das kann man wieder rückgängig machen wenn du willst nein danke ah da ist keine kein fenster dazwischen aber da und da kann ich nicht durchschießen ach gibt es hier nur noch plasma nades hier oben anscheinend das ist doch witzig so wie vorher ja praktisch bezweifle ich dass das schön ist da bräuchte mal wieder nen detective oh nein so nen schönen random maß ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Lass mich durch, egal was du bist, nicht töten Lass mich ab, ich bin durch Ich such gerade nach einer anderen Waffe Wie sind die Spannen denn? Oh, warte Oh, hi Ein Wannbar lebt ja noch, alles klar Der ist hier im Umfeld Ich glaube, Navo shoppt gerade Oh man, oh man, oh man Was soll ich jetzt nur sagen Was auch immer das war, das war nur eine Disco, die ich da runtergepfeffert habe Ja, ja, ja Also wir kamen uns ein bisschen vor, wie so eine Disco-Fall-Disco Hat man da eigentlich Schaden verloren, während der Stoff? Null, das hat mich auch gewundert Naja, ich bin mir da gerade nicht ganz so sicher Ich glaube, wann war es doch T und er ist gerespawned Ich bin ins Wasser gelandet, tatsächlich Ja, im Wasser kriegt man aber Schaden Naja, ich habe im Wasser keinen Schaden bekommen Nicht überall Normalerweise legt man Schaden, ich habe vorhin auch Schaden gekriegt Wenn du zu weit rausschwimmst Wenn du zu weit rausschwimmst, dann kriegst du Schaden Aber so kannst du im Wasser ruhig landen Ja, das kommt halt darauf an, wo er gelandet ist, im Wasser Ja, das war bei den Häusern, sonst wäre ich Sturm Was sagst du Sturm? Sturm der Liebe? Nicht gegen Sturm der Liebe Ah, Sturm, bei wem stand was im Chat? Nicht bei mir Wie? Ich habe nichts im Chat gelesen Na, wo bist denn du? Warum parkst du? Ähm Hier ist ein Hm, was ist da? Hier sind zwei Buddies Hier sind zwei Leute tot, ich weiß es nicht Verdammt Das eine sieht aber aus wie eine echte Leiche Okay Confirm, beide sind beide tot Ich weiß nicht, also die Okay, die eine habe ich überlebt Ja Also NO ist es schon mal Die andere sieht so Da habe ich Angst vor Nee Sieht so falsch aus Du siehst so falsch aus Das ist gar nicht so falsch Gar nicht so falsch Ich habe eine Tür gehört Hier, na wo die, die, die andere meine ich Die da liegt Das sieht so, oder? Ich finde sie sieht falsch aus Ihr seid beide, oder? Spielt nicht mit mir Tun wir doch Nice Zwei Handys Wie sich die Traitor wieder verraten haben Aber sie haben es geschafft Ja, aber trotzdem habt ihr euch verraten Wieso? Ganz einfach Ein Traitor Ich habe vorhin nämlich denselben Fehler gemacht Und habe es dann versucht schnell zu korrigieren Und es hat zum Glück geklappt Weil der Traitor nicht lesen kann Dass der Bubblehead aufgenommen wurde Das sieht er nicht Okay, aber Was sollen wir das jetzt sagen? Ganz einfach NO hat gesagt Nö, bei mir stand nichts Und dementsprechend war er T Ah Ja, aber du hast es trotzdem nicht überlebt Ja, weil du du scheiß fucking AWP hast Nein, das war eine normale Weifel Das war kein AWP Ja, ja Nicht ja, ja Das war so Ja, ja, ja Hallo und tschüss Tschüss Wer war das war Ich war es Schön für dich Schön für mich Den haben wir da Hoffentlich nicht in die Quere Weaver und Wanwar sind in der Mitte Ich bin jetzt da Und ich bin weg Nein, ich gehe lieber woanders hin Wenn ich tot bin, ist es Wanwar Wenn ich tot bin, ist es Wanwar Wenn ich tot, ist es Wanwar Ähm Ah, lecker Schauspieltalenten muss noch verarbeitet werden Mit der Waffe kann ich nicht in Fernkampf So ne Kacke Was sagt ihr denn? Was sagt ihr denn? Okay Also lieber nicht mich töten Warum nicht? Ich meine, es sind nur suizidale Gedanken Dann schon Äh So Okay Und was steht im Text? Schweder hat den Bobblehead gefunden Ja, das war ich Äh Hey Nein Nein Wer denn? Endo hat gerade auf mich geschossen Näher ist es Nee Doch ist er Nee Wollte er kaum machen Aua Hä, was? Irgendwie jemand schießt hier doch Ich nicht Das kommt von der Mitte Aua Siehste Aua Ripper Du hast gerade Ello angeschossen Ja natürlich, weil der auf Flori geschossen hat Hä Nein Nein, ihr macht das unter euch Total okay, fuck Ihr macht das schon Hallo Hey Guck, guck Sorry, sorry, sorry Komm rein Was soll denn das? Ich habe alles versehen Ich dachte, du bist Enno Dann war es der Einzige, der draußen rumrannte War Enno Aha Aua Das war nicht gut Ist auch nah, wo ist es Ich kann meine Waffe nicht mehr rausnehmen Ich habe sie weggeworfen und dann war sie weg Einfach mal random rumschießen Bringt doch immer was Hallo Ist noch einer da? Hallo Hi Ich gehe wieder Aha Aha Du mich auch Tschüss Ja Ich wurde die ganze Zeit angeschossen Ohne einen einzigen Grund Du bist halt das Opfer Übrigens sehr interessant Ich konnte den Credit aus Wann war's Leiche rausnehmen Oh Du warst einmal gefistet Ah Das war diese Leiche, die ich als Traitor letztens gesehen habe Oder die, die ich als Traitor letztens gesehen habe Das war gut, so bist Ja Ah, okay Und was denn? Hm Keine Reaktion Auch gut Hi Achso, du hast es gefunden Ja Was soll mir das sorgen? Ja, das heißt schon mal, dass Navo Endo ist Hallo Äh, Endo ist es Von wegen Gar nichts gemacht Das ist Rache, weil ich es gerade als KOS genannt habe Deshalb Ja, toll Was? Hä? Flori Du schießt die ganze Zeit Was? Jaja, klar Sag dir, der hinter mir steht und mich beobachtet Du hast geschossen Wenn du irgendjemanden getötet hast, Reaper Getötet? Getötet habe ich bestimmt keinen Ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden umgebracht habe Aua Ja, es ist Reaper Es ist Reaper Natürlich 3, 2, 1 Wird das jetzt hier ein Langreichweiten-Duell oder kommst du auch nochmal raus? Moment Ähm So Was sagst du denn dazu Dass Äh Ich Ähm Mir gestern Abend Couscous-Salat gemacht habe Gesundheit, was auch immer das ist Gesundheit ist Gegeben Sehr gut, wann war Ähm Ich glaube, ich habe ihn aus Versehen als Indoor erschossen Das Ähm Ist jetzt blöd Ähm Witz Ups Hä 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 Was Der hat Second Chance gehabt Möge der Fate gewinnen Oh mein Gott Was für ein Was hast du dir gestern Abend gemacht, hä? Hä? Couscous Hä? Ja Hattest du Second Chance? Ich hatte Second Chance und ich hatte Fate Weil die Leiche liegen geblieben ist Bei mir auch Echt? Ja Okay Bei Couscous Deswegen habe ich ja noch gesagt, dass ich ein Inno getötet habe Deswegen dachte ich auch, dass es vorbei ist Nö, nö Ich musste erst mal herausfinden, welche Taste ich drücken musste zum Wiederbelegen Bei Couscous Dass ich wieder bei der Leiche stehe Lass mich doch mal ausreden Nein Bei Couscous kommt mir Palpans und sind Was hat deine Frau gemacht? Hirse Couscous Bitte was? Na, hab dich nicht so, das essen die Astronauten auch Ja, die schlafen auch im Stehen und scheißen Staubsauger Oder einmal kann man nach Hause Den ganzen Flur voller Reiswaffeln Beziehungsweise Reizwaffeln Willst du ein Toaststudio bauen oder Porzellanen verschicken, ja? Tschüss Ein Enno, tschüss Ein wildes Enno appeared Ich kann zaubern, ich renne durch Wände Ui Ich wurde ein Friendship abgefeuert Naja Vermutlich von Enno Wieso denn? Das kann doch jeder Ich bin der einzige was, der bei mir in der Nähe ist Aber die kann man doch gerne aufschließen Enno, schließ doch nicht Wichser Ja, ist es? Also Wippa Ist das Klang irgendwie so, oder? Also, ja, schon sehr eigentlich Da hast du recht Da hast du recht Noch finden In der Mitte ist jemand Ja, bin ich Okay Damit kann ich leben Also, ja, ja, Mitte Was heißt Mitte, ne? Oh Oh, hi Ich glaube, wieso hast du eigentlich gerade nichts gesagt? Habe ich was zu sagen? Das weiß ich nicht Das kann ich nicht sagen Also, ich habe nicht das Bedürfnis Dann Okay Ah, ja Hat jemand was gesehen? Okay, die, die jetzt nichts gesagt haben, dürfen dann also diejenigen sein, die Tee sind? Also, ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Leiche Sorry, das war so ein schöner Moment, ne? Ich habe auch nichts gefunden Das war so, so kuscheln Ich habe nach der Runde noch mal eine Frage Weil ich das kapiere euch noch nicht so ganz Okay, das kapiere ich noch nicht so ganz Stell sie am besten auf gutefrage.net Willst du sie jetzt nicht stellen, weil du jetzt Traitor bist? Eno Und was denn? Eno ist Traitor, glaub mir Was denn? Nur so, wie, wie, wie ist das Wetter bei dir? Na gut Wann, wann, nein, geh weg Geh weg Ich erschieße dich, wenn du näher kommst Okay Wenn das so ist Oh, wie, 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 wie? Ich schieße dich, wenn du siehst scheiße gut gemacht keine eine frage aus hättest du durch die wand gekonnt wenn da unten links diese also das mit dem credit da da steht also mit diesem wie heißt das bubble head steht dann wenn da steht dann der name da wäre es aufgeheben gehoben hat und ist sicher traiter das werden noch schöner kann auch nicht kann auch ein inno aufheben ja okay dann wäre es nicht gewesen wann war es abzuschießen die innos sehens doch wenn es ein inno aufnimmt und die traiter wenn es ein traiter aufnimmt du hast es ja aufgehoben und du hast nichts gesehen ja aber ich habe gesagt ich hätte es gesehen und hab dann gefragt wer es auch gesehen hat ja derjenige der es aufhebt der weiß ja dass das aufgehoben hat das problematische einfach nur ist wir dürfen aber auf keinen fall dass dann als ffa ansehen weil einer nicht sagt dass er das nicht gelesen hat heißt das noch lange nicht dass er nichts dass er traiter ist damit es ist richtig aber als traiter kannst natürlich alle mittel nutzen ja natürlich aber du kannst halt wenn du inno bist und einer sagt nicht nee ich habe da nichts gesehen oder ich habe es nicht gelesen oder was auch immer heißt das halt nicht dass er dann automatisch traiter ist und man ihn dann frei abschießen ja ja schon darauf achten dass er dann irgendwas traiterhaftiges macht und dann abknallen also habe ich aus meiner sicht korrekt verhalten naja klar ja kann man so meinen weil sonst hätte ich wann war gnadenlos abgeschossen wenn der die nahe weil weil da sein name stand was ist das für eine scheiße hier auf dem dach hier liegen keine sniper nö die hab ich das ist doch jetzt und den rest habe ich ins wasser geworfen ich wurde nicht verfolgt über verfolgung macht man keine witze das ist ein bisschen verwirrt ein bisschen bisschen also standort bei dir das ist richtig okay und dann hat ein bobble hat aufgenommen das glaube ich nicht ich schon wie ich nicht weil es bei mir entstehen würde und bei mir steht nichts da bist du traiter ne bei mir steht eindeutig innocent truppest traitor da stand bei mir gerade dass einer aufgehoben hat was ja wann war steht denn da überhaupt dann genau ich meine auch dass irgendjemand ein bobble hat aufgenommen hat also ich weiß auch mal was dabei wenn der da aufgenommen wurde ich habe nicht genau hingesehen ich habe es nur ich habe nur gesehen dass unten was steht habe nicht gleich darauf geachtet und habe dann auch was mit bobble hat gelesen ja ja klar ja ja und du hast doch noch mal ein auf deinem turm der runde topspawnt on the map nein die nachricht bleibt nicht so lange ich kann jetzt leider nicht die konsole aufmachen um zu gucken ob da wirklich was stand aber nach der runde mache ich das Mr.Bunder found a bobblehead ich habe nämlich die konsole aktiviert ja also weeper ja ich kann nicht in die konsole reingucken weil ich weiß dann wer was getan hat du weißt schon dass bei mir steht dann wer wo wieviel schaden an irgendjemanden gemacht hat und vor allem welche rolle er hat die war übrigens tatsächlich in der Mitte ne bei diesen ganzen Essenssachen ja ich vermute halt immer dass die da ist weil das ist mein Dach ja schon in Ordnung kannst du ja reaper fragen ob du auf dem gegenüberliegenden Dach kuscheln darfst nö hier ist kein Platz irgendwas fackelt da hinten bei dir da war was komisch da ist gerade auch noch drauf gegangen na wo ist Traitor was nein sie hat ne was sie hat ne ich hab ne Pistol in der Hand mhm ja wen hat sie umgebracht du bist da auf dem Dach und ich hab ne AWP gehört du silenced nein laut ich hör auch aber ich kann nicht sagen ich hab ledigend sterben hören aber das war es ist das selbe Grün nein die auf weeper ist tot ok und wo liegt der sag ich dir nicht nein wo in der Mitte ist irgendwas irgendeiner ja na wo hau ab hau ab ja na wo ist das ich hab sie fast ist im Bungalow drin erster wenn du reinkommst links genau dort der hat sich teleportiert Hilfe kann sie eigentlich nur wenn sie bei mir ist ist sie auf dem Dach weil die Kisten sind jetzt kaputt ansonsten können sie sein na wann war es das auch ich hab die ganze Zeit die zweite shop auf nicht kriege ich nicht zu was ist das denn bleibst du noch ich hab ihm zu zugefahren na toll einer ist jetzt bei den Toiletten bin ich nicht doch bist du derjenige ist nämlich schon verwundet ach ach was legt es mir doch ein Asch legt es mir doch ein Zückerli hm legt es mir doch immer Weißwurst einer mögt ihr Weißwurst ne nie probiert na ich mag lieber Wiener hat mit meiner Kindheit zu tun und ja Mühlchen finde ich aber gut weil die sehr knackig sind ehrlich gesagt du bist in dem Haus Enno oder? wo ich reingegangen bin glaub ich PIXER uiuiuiui ach man aber früher gab es bei uns hier so ein Edeka mit dem Fleischer und da hat eine Verkäuferin mir wo ich klammer immer einen Wiener gegeben deshalb mag ich Wiener so kurze Frage die ABP hört sich genauso an wie ein Flopper ja die hört sich so an wie ein Schüffelopp ach ja aber bei dem Mund ne bei dem Schuss ist mir die Kieferlade so runtergefallen bei welchem Schuss aber den auf Weeper wunderschön alter wunderschöne Wassermelonen du siehst von dem einen aus zum anderen ja nicht mal die Person weil da dieser weiße Schein ist du hast die ABP abgefeiert wann war? ja wunderschöne Wassermelonen aber Nama hat auch noch was noch in der Hand ich hab gedacht erstmal das ist eine Taube oder so warst ich? ja du ne ich hatte wirklich eine Pistol in der Hand aber die ganze Zeit und ich hab auch die ganze Zeit mit der Pistol auf Reaper geschossen aber er hat das halt überhaupt nicht gemerkt ist bei euch auch irgendwie ach sooo hallo was zum? keine Ahnung irgendeiner war grad da na warte ich hab Reaper getötet weil er das Schaf gestartet hat what? wow okay alles klar alles klar so wer ist der andere? ja na hallo seid ihr noch da? ja ja mhm schön zu wissen der Prepper hat Band war weggemacht glaub ich auch das ist halt auch garantiert im Haus oder? dann geht zu nee blödsinn wenn er ihn weggemacht hätte wäre auch konfirm blödsinn also lebt Wann war denn noch? bezweifle ich okay das heißt einer von euch beiden ihr könntet euch duellieren wenn ihr das wollt dann sag ich Eno mhm es sei denn ihr findet Wann war nicht aber ich weiß nicht wo Wann war ist und da ich auch nicht ich weiß nicht wo da liegt der Bob wahrscheinlich im Wasser irgendwo bei seinen Verwandten wen haben wir da? Nabo? ja guten Tag ahja enno komm das ist die los ja die los he schade mein Schaf mein Schaf war nicht an mir ey so zum Katzen Nabo hat dich einfach random gekillt obwohl du das Schaf nicht hinterlässt nein ich habe das Superschaf ja gestartet es war ja alles super super ich hatte ja auch eins gestartet ja aber sie hat meins ja gesehen als ich gestartet habe oh Mann welches hat Schaf getötet? meins ja meins nicht meins ist nicht weit genug geflogen ja ja herrlich du schießt nicht und ich sag jetzt einfach enno ist in meinem Team ich habe keinen Punkt warum ich habe keinen Punkt von wegen wie gesagt das letztes von Wartowold habe ich noch immer nicht vergessen ich finde das trotzdem gut und das Versöhnungsangebot steht immer noch mhm das wirst du nie zurückziehen oder? ne worum soll ich auch hatte jetzt schon jemand Warnwarn kommt zu mir noch nicht hau ab hau ab weil ich hatte irgendwas mit Flori gehört direkt am Anfang der Runde war hau ab hau ab da ich habe noch nichts gehört na dann dann muss er ja noch irgendwo rumliegen ja dann muss ich mir den mal holen ne ich brauche ja nen Credit na wo bei mir na wo bei mir ja wir sind in einem Team nein da wie nein nein das ist schwierig wenn das einer sagt übrigens war eben das was ich gefunden habe weshalb ich gesagt habe so hm irgendwie sieht es hier komisch aus da bei der ähm Toilette die große Mülltonne war der Bubblehead ne lol das war sehr faszinierend ja das kann ja nicht sämtliche Props können es ja auch sein ja aber so ein dickes Ding wird zu so einem kleinen das ist schon heftig äh äh mhm das hat sich irgendwie falsch an bei dir das hat kling ja ja er wird schlaff ich kenne auch ein paar Sachen die werden von so einem dicken Ding zu einem kleinen wenn Kälte da mit im Spiel ist mhm du musst ihn rubbeln damit er groß wird mhm mhm da zeigt er auch seine cremige Füllung oooh jetzt gehts aber los hier was denn ich rede von Oreo Keksen mhm 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 okay mhm das glaub ich nicht dass Florie derjenige ist ne das ist doch Ausschlussverfahren wir waren zu dritt auf einen Haufen wer war nicht da ja das ist aber trotzdem komisch wenn Florie es ist warum weil er den cool auf was wär das cool bezogen auf die wegfliegende Tür achso also eh nur ist das oder mhm Florie ist gut das ist jetzt das ist jetzt mein Ernst denno ist tot hä nein hey Klappe ach mein sag doch dass du es warst ja Anfang war ziemlich gut gespielt letzte Runde Winpot das war aber einfach so cool so trocken raus wie keiner mitgekriegt hat dass Florie direkt am Anfang der Runde den Bubble Head mitgenommen hat deswegen sah ich ihn als verloren ja ich hab den mitgenommen direkt am Anfang genau das war äh das war so ne äh das war so ne kleine Figur ich hab's halt gehört ich hab ja extra bewusst diese Frage gestellt ich hab ja auch immer wieder gesagt ich hab den Bubble Head ich hab das sogar angesagt ja bei dir weiß man eh ob du nicht mehr trollst ey du musst einfach auf den Chat gucken das tut ja keiner außerdem kann man's sagen und man macht's nicht da bin ich doch nicht schuld man könnte den Bubble Head man könnte den Bubble Head ja vielleicht auch mit dem Ocneto Stick aufheben und dann so man hat ihn aufgehoben derweil schmeißt man den in den Wasser den in den Wasser den in den Wasser war auch ein Zeug naja gut dann würde es aber bei keinem stehen das wäre dann für die Innos aber auch so ein Zeichen der dann oh der fällt da hinten fliegt ein Superscharf Vorsicht wie gut dass ich im Haus bin Florie ist auch bei mir der war's auch nicht mhm ich hab grad ganz in Panik gerade oh ja Wann war ich hätte wenigstens das Wort richtig schreiben sollen ist gut Wann war ist gut Wann war Fond Fond und Bobbele Hallo und tschüss ey lass mich durch es kam von dem anderen in ein Haus wo Wann war mich wohl runtergesnabt hängen wir uns dann halt hier auf dem Dach Reaper ja ich hab auf dem Dach geschlossen auf das andere Dach auf wen, warum weil von da das Superscharf kam mhm servus und ich sage Enno raus retten hä wirst'n verarschen komm her Enno ja haha und Navo ja wieder das Zwillenteam wir machen oh man wer war dran? ich und ich hoffe es hat den Zuschauern gefallen ich hoffe es hat euch gefallen vielen Dank fürs Mitmachen vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss tschau 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 tschau